Die Beratung.de-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Die Kanzlei ICL-Rechtsanwälte. Langjährig erfahren und hochqualifiziert im Arbeitsrecht. Das junge Hamburger Team hat sich einen klaren Fokus gesetzt. Arbeitsrechtliche Beratung auf Augenhöhe. Mit Blick fürs Ganze. Einzigartig an ICL ist, dass das Team arbeitsrechtliche Fragen aus allen Perspektiven kennt. ICL vertritt Arbeitnehmer und Unternehmen genauso wie Betriebsräte. Dadurch kennen die Anwälte nicht nur einen Blickwinkel, sondern wissen auch genau, wie die anderen ticken. ICL arbeitet im Team. Mehrere Köpfe denken für sie mit und behalten für sie den Überblick. Denn wichtig ist für ICL vor allem, dass am Ende eine realistische Lösung steht. ICL-Rechtsanwälte. Ihr Team für Arbeitsrecht. ICL-Rechtsanwälte. 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 Vielen Dank.